Hier ist er. Loll, Riesenratten. Die Falle habe ich schon entdeckt. Ka-Boo! Hahaha. Oh ja, Assassine-Spiel macht voll Bock. Irgendwie macht es voll Bock. Viel mehr als... Auf jeden Fall als... Blubbub, muss man nicht sagen. Viel mehr als Machtmagie. Das war... Das war immer so vorhersehbar. Meine Wege waren... Vorherbestimmt. Hm. Da haben wir... Die Heldenhaft, kleiner Kriegsgeweiter. Ja. Hinterhalt? Ihr habt mich aufgespürt und euch bis zu meiner Türschwelle durchgekämpft. Aber die Schatzkammer wurde geleert. Und Lord Besin ist geflohen. Nach Eamons Eiland. Äh, wer? Unter Lord Besin werden die Phalangi eine Schönheit. So schrecklich und erhaben. In diese Welt... Jetzt! Oh. Wow. Ei, 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 ei. Es ist vorbei. Oh, ist er stark. Oh. Tja. Dann muss ich halt ein bisschen... Ein bisschen mit... Damit arbeiten. Irre? Ja, die sind älter. Nein! Jetzt sterben die auch nicht. Ihr gehört mir! Oh, Mann. Ich hasse Magier. Auf. Ihr gehört mir! So. Haben wir hier noch irgendwo ein Magier? Da. Tagen wir es aus! Mist, ich hab die falsche Taste gerückt. Ich wollte weg. Du bist voll stark. Aua. Die Wirbelstürme, die sind hässlich. Die treffen mich sogar um die Ecke. Hallo. Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Du hast's drauf, echt? Ah, jetzt hast's. Meisters Rüstung. Ferrox. Okay. Das hat mich ordentlich Tränke gekostet. Das ist... Das ist nicht so gut. Gibt's hier irgendwie... Hm? Nicht Ruhe dafür? Weil ich... Ja, war jetzt nicht so einfach. Hier irgendwie ein Schatz... Äh... Als Belohnung. Ich muss zugeben, der Kampf hat mich jetzt ein bisschen von der Härte überrascht. Aber ich hasse halt Magier. Magier sind die... Ach, Ratten! Die mit ihrer Rattenplage. Hier ist noch... Irgendwo... Da! Eine Falle. Hier ist auch eine Truhe. Da, 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 da. Da, da, da. Und was für epische Sachen. Ich schau mir mal an, was ich hier da bekommen habe. B, 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 b. Ferrox hab ich bekommen. Was ist Ferrox? ein Langschwert. Okay. Oh, warum nicht? Aber die sind halt coole. Ach ja, Meisters Rüstung habe ich auch noch bekommen. Die muss ich mir auch schnell anschauen. Meisters Rüstung, da. Oh, ich habe eine bessere Rüstung hier. Das hat doch Style. Sonst aber nichts. Na immerhin, ein bisschen mehr Rüstung. Ein bisschen mehr Rüstung überlebt man auch leichter. Oh, das finde ich nett. Kleine Abkürzung hier. Was, wie, wo? Wo bin ich und wo muss ich hin? Besser gesagt. Die Kais. Hm. Die Kais. Das sind nette Leute. Verwandt mit den Hugos. Hey, ich muss da direkt... Nein, das fasse ich nicht. Oh, du... Zurück aufs Meer. Hier, mit der. Besin. Der Besin? Wenn er wirklich auf dem Weg nach Eamons Eiland ist, müssen wir ihm Augenblick... Ich kenne hier in der Stadt einen Kapitän. Ich hoffe nur, Gontorm wurde nicht schon... Nehmt dies. Es ist ein Zeichen der Anerkennung von Delphric höchstpersönlich. Hm. Wir sollten ihn unverzüglich von unseren Entdeckungen in Kenntnis setzen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Was? Oh, Mann. Nehmt dies. Es ist eine Anerkennung von Delphric höchstpersönlich. Und unten da rechts. Unten rechts. Sie haben sich eine Krankheit angefangen. Toll. Sie hat mir Syphilis angehängt. Ihr überbringt Herold Delphric die Neuigkeiten. Ich brauche ihn. Und wir machen uns... Bescheiden. Heile. Gebetskarte. Heile. Da. Wir sind uns jetzt auf den Weg zu den Kais. Ja, ja, ja. Lauf schon mal vor. Ich brauche ihn heile. Um Gottes Willen. Die Belagerung wurde endlich durchbrochen. Echt jetzt? Die hat mir Syphilis angehängt. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir reden hier über Cluricon. Cluricon? Das hört sich lustig an. Wenn ihr ein Zimmer braucht, kann euch der Gastwirt helfen. Das Necron, Momikon. Was hier in letzter Zeit los ist? Ich muss doch irgendwo... Da oben rechts. Okay. Heile. 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 Putze. Heile. Du da. Also, wo drückt der Schuh? Heilung. Genesung. Dank. Gut. Okay. Was auch immer ich für eine Krankheit hatte. Ob Syphilis war. Willkommen. Entspannt euch und ruht. Äh. Genitalherpes oder was auch immer die Frau mir angehängt hat. Diese Böse. Ähm. Quests. Natürlich muss ich auf die andere Seite laufen. Das war doch immer sinnvoll. Ach, naja. Ich bräuchte irgendwie noch schnellere Geschwindigkeit. Double Speed. Triple Speed. Quadra Speed. Penta Speed. Wäre nicht schlecht. Okay. Das ist der Kapitän. Mein Schiff ist frei und wird dem Kurs folgen, den ihr vorgebt, meine Freunde. Das will ich dir auch heißen. Bitte nicht. Aber für euch mache ich es. Ich mache es. Wann? Sobald ihr möchtet. Wie gesagt. Ich möchte los. Gehen wir. Dann kommt an Bord. Die See mag zwar rau sein, doch ihr und eure Gefährtin habt nichts zu... Das will ich auch hoffen, sonst kriegst du eine Pfeilsalve zwischen die Augen. Vielleicht. Okay. Wo bin ich hier? Okay. Oh, interessant. Hm. Das ist es also. Eamonts Island. Folgst du mir etwa? Erfolgt mich nicht. Das ist es also. Hässlicher Gegner. Oh, nein. Nicht diese... Ach, stimmt. Ich muss den als erstes erledigen. Oh. Ey, geht mal auf die dort unten. Lass mich in Ruhe. Oh, das Gift haut mich runter. Ah, der Kodok, der interessiert sich nicht mehr für unseren Kampfgehr. Sehr gut. Dann kann ich mich ein kleines bisschen hochregen. Haha. Killsteal. Nicht wahrnehmbar. Das waren einst prächtige Türme und Welle. Und auf jedem von ihnen wehte ein Banner im Wind. Kriegst ne Pfeilsalve. Was ist? Das klappt doch. Schade, dass die großen Viecher nicht so... Dass die meistens immun sind gegen meinen ultimativen Angriff. So 30.000 Schaden, wer noch? Und innen. Ordentlich. Okay. Sieht interessant aus. Ich treff die nicht. Jetzt treff ich sie. Ja, genau. Zieh die Agro auf dich. Ich bin nur Bogenschütze. Oh, ausgewichen. Habt ihr gerade nicht zufällig die falsche Agro? Spinnen. Frikassee. Frikassee. Und es sieht so aus, als wäre das eine Falle. Oh, und wie das nach einer Falle riecht. Aber es ist keine. Oh. Interessant. Das war keine Falle. Vielleicht doch. Da ist schon wieder so ein hässliches Viech. So, eine Spinne weniger. Ich brauch mehr Pfeile. Warum musst du auf mich? Geh auf die. Oh, wow. Ey, pinkel hier nicht herum. Komm, Pfeile. Genau. Fokus sie. Das ist doch recht angenehm, wenn er sie fokust. Dann kann ich sie eiskalt... Are you kidding me? Da ist ja direkt noch einer. Aber den begrüßen wir gleich mal. Eiskalt von hinten. Nix hier. Nix beschwören. Sterben. Genau so sieht's aus. Danke für die Pfeile. Wow, was erwartet mich denn da? Ich seh die Gegner gar nicht. Ah, hm. Das wird, äh... Weitere Phalangi. Ich glaube, sie haben uns gesehen. Glaubst du? Ja, das ist natürlich, äh... Ja... Das ist dein Magier. Das ist dein Magier. Das ist dein Magier. Ich meinst du da... Nein! Kommt! Oh, ich hab die falsch lachen. Nimm dies! Hoppa! Hey, ihr habt mich doch gar nicht gesehen, oder? Ach, ich renne jetzt einfach erstmal weg. Oh ja, genau. Wenn die mir folgen, dann kann ich die erstmal ausschalten. Dann wird's für mich... Oh, hey, 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 hey. So haben wir nicht gewettet, Freundchen. Nicht mir zu nahe kommen. Ich mag das nicht. Ich bin doch so schüchtern. Ach, nix wird hier ausgetragen. Du gehörst mir, so sieht's auch aus. Mit meinen Attacken kommst du gar nicht mehr zum Zauber. Gegen einen einzelnen Zauber? Keine Probleme. Aber wenn's viele sind, dann muss ich einen immer so ausschalten. Und das gefällt mir. Durch die Rauchbombe, da kann ich immer einen Freakillen. Freakill. Okay. Ich frage mich, was Besin hier wollte. Ich frage mich, warum bist du so laut? Ich frage mich, wer die da vorne sind. Sind die böse? Ihr solltet lieber fliehen.